Nachdem er von seinem Besitzer ausgesetzt worden war, wartete ein armer Hund stundenlang im Regen. Eine Frau sah ihn mitten auf der Straße und kam sofort vorbei. Was sie dann tat, wird dich zum Weinen bringen. Als Valinda Cortes an diesem Sonntagmorgen aufstand, dachte sie nicht im Entferntesten daran, jemanden zu retten. Es regnete in Strömen und sie wollte so schnell wie möglich zu Hause sein. Zum Glück sah ihr Tagesplan nur einen kurzen Abstecher zum Supermarkt vor, um ein paar Dinge zu besorgen. Doch als sie aus dem Haus trat, sah sie etwas, das ihr das Herz brach. Mitten auf der Straße saß ein grauer Hund, zerlumpt und nass, ein Bild der Verzweiflung, aber er weigerte sich, sich zu bewegen. Zuerst fragte sich Valinda, ob der Hund vielleicht zu einem ihrer Nachbarn gehörte, aber sie kannte ihn nicht, also musste er jemand anderem gehören. Manche Hundespaziergänger ließen ihre Hunde draußen angebunden, wenn sie ein paar Lebensmittel einkauften und vielleicht war das auch bei diesem armen Hund der Fall. Sie beobachtete den Eingang des Ladens, aber niemand kam heraus. Als sie sich dem Hund näherte, bemerkte sie, dass er gar nicht angeleint war und was noch schlimmer war, es waren keine anderen Kunden mehr im Laden. Es war noch früh am Morgen. Die meisten Bewohner des Viertels hatten sich hingelegt, als bei diesem Wetter rauszugehen. Valinda selbst war noch im Schlafanzug und Flipflops unterwegs und wollte sich in ihr kuscheliges Bett zurückziehen. Aber sobald sie den Hund sah, überlagerte ihre Sorge um sein Wohlergehen alle Bedenken um ihr eigenes Wohlbefinden. Da sie nicht wusste, wie der Hund auf ihre Anwesenheit reagieren würde, näherte sie sich vorsichtig. Einige ihrer Freunde besaßen Hunde, die sie mit freundlichem Wedeln begrüßten, aber dieser Hund reagierte in keiner Weise. An diesem Punkt bemerkte Valinda, dass es sich um eine Hündin handelte. Sie wirkte so deprimiert und mutlos, als ob sie sich aufgegeben hätte. Als Valinda Cortes die Hündin aus der Nähe sah, bemerkte sie, dass sie in einem schrecklichen Zustand war, schmuddeliges Fell, verfilzt und es fehlte ihr ein Vorderbein. Einige rötliche Flecken auf ihrem Fell deuteten darauf hin, dass sie kürzlich verletzt worden war und sich niemand die Mühe gemacht hatte, ihre Wunden zu versorgen. Auch mit den Augen stimmte etwas nicht. Sie sahen stumpf und uninteressiert aus und aus beiden tropfte reichlich Flüssigkeit. Das störte sie wahrscheinlich genauso sehr wie der unerführliche Regen. Wer konnte die arme Kreatur ausgerechnet hier aussetzen? Valinda warf dem Hund noch einmal einen Blick zu, bevor sie sich umdrehte und zum Auto eilte. Dort fand sie eine alte Decke, die wahrscheinlich von einem Grillfest übrig geblieben war. Sie konnte sich nicht einmal mehr erinnern, aber sie packte sie und sprintete zurück über den Parkplatz, wurde langsamer, als sie sich dem zerlumpten Hund näherte. Valinda wollte ihr nicht erschrecken, indem sie sich zu plötzlich annäherte, aber sie hätte sich keine Sorgen machen müssen. Der Hund saß immer noch da und blieb sitzen, an genau derselben Stelle und teilnahmslos und bedrückt. Behutsam entfaltete Valinda die rote Decke und legte es über den Rücken der Hündin. Sie zuckte ein wenig zusammen, als die Decke sie berührte, blieb aber sitzen. Was für ein armes, bedauernswertes Geschöpf. Valinda versuchte sich vorzustellen, wie es sich angefühlt haben musste, stundenlang im eiskalten Regen zu sitzen. Mit einer hoffentlich leisen und beruhigenden Stimme begann Valinda mit dem Hund zu reden und versprach, ihm bei ihm zu bleiben. Der Hund lief nicht weg, aber er wedelte auch nicht mit dem Schwanz. War das ein gutes Zeichen oder... Valinda hoffte es, aber wahrscheinlich nur ein Zeichen dafür, wie entmutigt diese Hündin war. Wie sie versprochen hatte, blieb Valinda da. Ab und zu kamen andere Leute vorbei und fühlten sich unwohl, weil sie immer noch in Flipflops und Schlafanzug neben einem Hund stand. Zweifellos nahmen einige der Leute diese bemerkten an, dass sie eine Midlife-Crisis oder andere Probleme hätte. Aber sie hoffte, dass wenigstens einige von ihnen den Hund sahen und die Situation richtig einschätzen würden. Als sie dort im Regen neben dem Tier stand, wurde Valinda klar, dass sie eigentlich viel mehr brauchte als nur Gesellschaft. Als sie nach einer Lösung suchte, nach etwas, das sie für den Hund tun konnte, fiel ihr ein, dass eine gute Freundin von ihr, Sue Massey, ehrenamtlich in einem der Tierheime der Stadt arbeitete. Sie zückte ihr Handy und schrieb Sue eine SMS, in der sie alle Details über den Zustand und das Verhalten der Hündin mitteilte. Sie beendete die Nachricht mit einem verzweifelten Appell um Rat oder Hilfe. Die Minuten vergingen, während sie auf Antwort wartete. Sie war vom Regen durchnässt, aber sie musste nach Hause zurückkehren, um sich abzutrocknen. Der Hund schien niemanden zu haben. Trotz ihres Unbehagens blieb sie bei dem Tier und redete in leisen Tönen weiter auf sie ein, um der Hündin zu sagen, dass sie dort bleiben würde, bis Hilfe eintraf. Obwohl sie keine Anzeichen dafür zeigte, hoffte Valinda, dass die Hündin zumindest irgendetwas von dem verstand, was sie sagte. Während sie wartete, suchte sie nach Antworten. Es war klar, dass die Hündin eine Streunerin war, aber irgendetwas sagte ihr, dass das nicht immer so war. Ihr ruhiges Verhalten deutete darauf hin, dass sie mit Menschen vertraut war. Also hatte sie wohl mal eine Familie oder einen Besitzer gehabt. Aber sie wusste nicht, wie der arme, zerlumpte Hund im Regen von dem zu Hause getrennt worden war, das sie vielleicht einst kannte? Vielleicht war der Besitzer verstorben und niemand hatte sich bereit erklärt, sich um sie zu kümmern. Vielleicht war sie zu einem verlassenen Ort gefahren und dort ausgesetzt worden. Es war auch schwer zu sagen, wie viele Tage oder vielleicht sogar Wochen seit dem Aussetzen des Hundes vergangen waren. Wenn sie hätte sprechen können, hätte die Hündin eine traurige Geschichte erzählt. Alles hatte damit begonnen, dass sie in einer Gegend, die sie nicht kannte, allein gelassen worden war. Sie wartete lange Zeit und hoffte, dass ihr Mensch mit Futter und Leckerlis zurückkommen würde. Aus Tagen wurden Wochen und als niemand zurückkam, begann sie innerlich zu sterben, Stück für Stück. Betrogen gab sie auf und hörte auf zu hoffen, dass dieser Mensch, den sie in ihrem großen Hundeherz so sehr geliebt hatte, zurückkommen würde. Auf dem Weg dorthin wurde sie verletzt, aber das interessierte niemanden. Also machte sie einfach weiter und schnappte sich ein paar Hühnerknochen oder ein paar Pizzastücke aus einem Mülleimer. Und so landete sie eines Tages wieder an einem Ort, den sie kannte. Einem Ort, den sie noch aus guten alten Zeiten kannte. Ein Ort, an dem sie auf ihren Menschen wartete und an dem sie für ihre Geduld mit einem Stück Trockenfleisch belohnt wurde. Sie klammerte sich an diese ferne Erinnerung. Wenn sie lange genug wartete, würde ihre Treue vielleicht belohnt werden und ihr Mensch würde zurückkommen und sie wieder mit nach Hause nehmen. Aber sie glaubte nicht, dass ihr Besitzer so lange brauchen würde, um sie zu finden. Vielleicht hatte sie etwas Schlimmes getan und wurde nicht mehr geliebt. Als die fremde Frau sie mit einer Decke zudeckte, wusste sie nicht, wie sie reagieren sollte. Seit sie ihren Besitzer verloren hatte, hatte sie festgestellt, dass manche Menschen überhaupt nicht nett sind und dass man ihnen nicht trauen sollte. Einige von ihnen schlugen sie, jagten sie oder warfen gar Steine nach ihr. Manchmal verhielten sie sich auch unberechenbar. Wäre es klug, der fremden Frau zu vertrauen? Sie wusste es nicht. Sie erkannte jedoch einige der Worte, die die Frau benutzte. Gutes Hündchen, ja, das waren glückliche Worte. Wenn ihre Besitzerin diese Worte benutzte, bedeutete das Leckerlis oder einen Ausflug in den Park. Aber woher wusste diese fremde Frau das? Mit ihrem ausgezeichneten Gehör hört es ja auch das Piep-Piep, das in der Tasche der Frau ertönte. Ihre Besitzerin hatte auch so ein Gerät, vielleicht war das ein gutes Zeichen. Die Frau schaute auf ihr Telefon und sagte, Rate mal Schätzchen, Hilfe ist auf dem Weg. 20 Minuten später kamen Sue Massi und ein Mitarbeiter des Tierheims mit einem Lieferwagen und einer Leine. Innerhalb weniger Augenblicke war der Hund aus dem Regen und auf dem Weg in einen ganz neuen Start. Im Tierheim des Asheville Human Society angekommen, ließen Sue und ihr Kollege den Hund einchecken. Eine Tierärztin war bereit, sie in ihre Obhut zu nehmen. Zuerst wurde der Hund gescannt, um zu sehen, ob er einen Mikrochip hat, mit dem man ihn identifizieren konnte. Leider hatte sie keinen. Dann wurde ihr Gesundheitszustand gründlich untersucht. Die Tierärztin achtete besonders auf den Ausflug um die Augen und das fehlende Bein. Der Stumpf war nicht richtig verheilt und um die Wunde herum war gelblicher Ausfluss, der sie um die Gesundheit des armen Tieres fürchten ließ. Nachdem sie den Hund gewogen hatte, gab sie ihm eine Spritze mit Antibiotika, um die Infektion zu bekämpfen. Sue war besorgt, dass der Hund nach der langen Zeit auf der Straße in der Kälte so richtig krank sein könnte, aber die Ärztin versicherte, dass ihre Krankheiten und Verletzungen behandelbar seien. Nach dem Gesundheitscheck war es an der Zeit, dass der Hund ein richtiges Bad bekam. Zum Glück war das Wasser in der Waschanlage des Tierheims angenehm warm. Ein spezielles Shampoo wurde verwendet, um den ganzen Schmutz aus dem Fell zu kriegen. Nachdem sie gründlich getrocknet und wieder warm war, wurden die schlimmsten Knoten und Verfilzungen aus ihrem Fell geschnitten. Während der ganzen Prozedur blieb die Hündin stoisch ruhig. Dankbar schlürfte sie das Wasser, als man ihr einen Napf hinstellte, und fraß das Futter, das man ihr gab, bis zum letzten Krümel auf. Nach all der Aufmerksamkeit führte ein Tierheimmitarbeiter den Hund zu einem großen Käfig, in dem es mehr Futter, mehr Wasser und eine weitere Decke gab. Als das Tor hinter ihr geschlossen wurde, legte sich die Hündin auf die Decke. Sie hatte ein Dach über dem Kopf. Sie war aus der Kälte und dem Regen raus und sicher vor allen, die ihr etwas hätten antun können. Ihr Stumpf war bandagiert, und obwohl die Salbe, die der Tierarzt auf die Wunde aufgetragen hatte, immer noch ein wenig brannte, fühlte sie sich schon ein klein bisschen besser. Die Hündin legte ihren Kopf nieder und schlief ein. Es war schwierig gewesen, sich auszuruhen, während sie obdachlos war, aber jetzt, da sie wusste, dass sie an einem sicheren Ort war, konnte sie sich endlich entspannen. Ein paar Tage später fragte Valinda Cortes ihre Freundin Sue Massi, wie es dem Hund ging. Sue lud sie ein, im Tierheim vorbeizukommen, damit sie es mit eigenen Augen sehen konnte. Und als Valinda ankam, konnte sie kaum glauben, was sie sah. Mit der richtigen Pflege und einem guten Bart war der Hund, der nun Cassie genannt wurde, wunderschön. Einige Tage lang blieb Cassie im Heim, um sich von den Verletzungen und der Augeninfektion zu erholen. Sobald sie wieder gesund war, nahm sie an einigen der lustigen Aktivitäten im Tierheim teil, wie zum Beispiel Spielstunden mit anderen Hunden, Wanderungen mit Freiwilligen und individuelle Verhaltenstherapie. Alle waren so nett zu ihr, und sie hatte keine Schmerzen mehr. Sie vermisste immer noch ihren Besitzer, aber sie entdeckte, dass sie auch anderen Menschen vertrauen und liebfinden konnte und vielleicht nur, vielleicht würden diese Menschen sie nicht im Stich lassen. Cassie sah auf ihrem Adoptionsfoto wirklich wunderschön aus. Als braver und sanftmütiger Hund wurde sie bald von einer freundlichen Familie entdeckt, die sie in ihr Zuhause aufnahm. Ein neues Leben wartete auf sie, und sie wollte keine Minute davon vergeuden. Was für ein herzerwärmendes Ende! Wenn du eine ähnliche Geschichte über ein Tier hast, das unter schwierigen Umständen gerettet wurde, erzähl sie uns in den Kommentaren. Wir würden uns freuen, sie zu hören. Aber wir sind erstmal weg von hier. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir schauen mal, Sie sehen unsиц in der Story. Sicherung und Subbrechen Sie gucken mal, Sie sehen uns zu, bis zum Teil an der Erk primeiro gesprochen, Wir sehen uns in der Vergangenheit. weil wir diese Geschichte überlegen. und hinterher